Ja, das war klar. Komm, stirb. Schlechter Anfang. Ich wollte eigentlich auch noch gar nicht so weit in das Ding da reinlaufen. Überall warten. Halt die Fresse. Schlecht. Sehr schlecht. Oh mein Gott. Mann, dieses Runtergefalle da. Warum ist da nicht einfach der Bildschirm abgeschnitten und man fällt in den Tod? Das ist doch total bescheuert. Kacks, Dreck, Fick, Hure. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh, shit. Ich glaub, das bringt's eigentlich hier, die Maske zu Opfern, weil das ist schon viel Zeit, was man da einspart. Ach, Mann, weil ich ... Ich hab gezögert, oh, und dann hat das nicht mehr funktioniert. Ja, I'm a bit salty. Reiten auch. Das liegt aber auch halt daran, dass wir jetzt seit knapp 50 Minuten hier dran sind und wir noch nicht mal bis zum Ende des Levels gekommen sind. Ein Saphir-Relikt wird mir überhaupt schon mal reichen erst mal, so von wegen, ja, Julia, du kannst es noch. Aber nie. So weit ist es nicht. Ich weiß nicht, ob ich das hinkrieg, wenn ich da durchrenne. Und dann so. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ähm. Ja, also, wenn ... Scheiße. Äh. Äh. Wenn ich hier das Level durch hab, dann ist das Spiel zu 100% fertig. Ähm. An sich gehört es nicht zum Spiel. Aber es gibt es halt als DLC und deswegen ... Ach, komm! 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 Swit! Ich bin die Versammlung. Komm! Ach, komm, stirb. Danke für den Follow! Ich weiß nicht, ob der jetzt momentan was kostet. Also damals habe ich den kostenlos gekriegt. Aber ich glaube, mittlerweile kostet der irgendwie drei Euro oder so. Es gibt nämlich auch noch zwei Trophäen dafür, glaube ich. Oder eine? Keine Ahnung. Das ist das bescheuerste Pattern, was ihr mir hier geben könnt. Dass, wenn ich oben ankomme, dass der reinfährt. Das ist... Das ist nicht gut. Mann, was soll das denn? Gib mir was, wo ich dran sterben kann, Junge. Moment, Häschen ist leer. Ich habe zwar hier noch was zum Auffüllen, aber ich möchte gleich... Ich habe mir was am Bioladen geholt. Einmal... Gurkenlimonade. Ja, da war schlecht. Und Matcha-Limonade. Matcha an sich schmeckt eigentlich voll lecker. Gurkenlimonade habe ich schon getrunken. Die war auch lecker, deswegen habe ich es nochmal gekauft. Aber mit Matcha weiß ich nicht, wie das so schmeckt. Aber mit Matcha weiß ich nicht, wie das so schmeckt. Ich glaube, wir sind in der Zeit sehr schlecht, ne? Ja, ich glaube, wir sehen, wie das hier... Ich muss das erstmal ein bisschen schütteln, weil sich das am Boden abgesetzt hat. Sieht sehr unappetitlich aus, aber das passt schon. Schmeckt nicht nach Matcha, ich weiß nicht nach was das schmeckt, aber es schmeckt okay. Ach man! Gibt es hier unten noch was zum sterben? Nee, natürlich nicht. Kann man das neu starten? Ja. Wir gönnen dir. Danke schön. Ja. Ja. Okay. Ich wollte gar nicht springen. Ich will eigentlich gar nicht wissen, was hier die Goldzeit ist. Jetzt setzt mich... Oh mein Gott! Nun! Wie wir sehen, ich mache Fortschritt. Ich komme immer weiter. Warum ist das hier alles so komisch? Oh. Oh. Entschuldigung. Sehr viel Kohlensäure. Oh. Du bist da. Oh. 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 Was ist das? Das Spiel fängt schon wieder an, komisch zu werden. Wie gesagt, wir machen immer weiter Fortschritt. Kann ich aber 100% kein zweites Mal machen, weil ich sonst in die dummen Stracheln... Stracheln... Stracheln da reinrutsche. Das ist auch gut. Das ist schön. Ach, Mann. Das wäre schön, wenn du wiederkommen würdest, Vogel. Dankeschön. Ich küsste mit. Tatsächlich. Wenn wir das irgendwie hinkriegen, dass wir da nicht getroffen werden, ist das super. Ich küsste mit den Körn. Ich küsste mit dem Körn. Ich küsste mit den Körn. Vielen Dank.